Ja, liebe Jutta Freude, Badläuftab im Bauerrausi. Wir starten mit unserer Kürbissemte. Sie sind noch ein bisschen versteckt im Laub. Aber ein paar Grosse sind da schon, sehr Grosse haben wir da. Ja, liebe Jutta Freude, Kürbisse in Harassen, eingesammelt in Harassen, abgefüllt. Wir werden jetzt mit dem Heckab nach Hause gewischt. Ja, liebe Jutta Freude, Kürbisse, 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 Kürbisse. Ja, weben die Sache. Ich bin voll.